Was geht ab Leute? Mein Name ist Randhubi und willkommen zu meinem Infovideo. Ich habe mir nämlich einige Sachen für diesen Kanal überlegt und eine seht ihr nämlich schon unten im Titel. Nämlich nennt sich dieses Format hier Patch. Es wird nämlich einige neue Formate geben. Dieses nennt sich eben Patch, weil das ist das Format, in dem ich neue Sachen, die mit dem Kanal zu tun haben, wie ihm auch heute vorstellen werde, damit ihr eben immer so auf dem Laufenden seid, was eben so folgt, was ansteht, wo ich bin und sowas alles eben. Ein nächstes Format wird sein Trashcan. In Trashcan werde ich einige Mini-Games, Browser-Games sage ich jetzt mal anspielen, was heißt anspielen, vielleicht sogar öfter spielen, auch mit Freunden. Ich denke jetzt mal sowas wie Curve Fever oder in die Richtung. Das nächste wird sein Fakten. Und zwar kommt das erste Faktenvideo schon Montag, weil mein erstes eigentliches Video, die 50 Fakten über mich, kamen ja ziemlich gut an. Und deswegen dachte ich mir, das musste weiterführen. Das ist relativ beliebt. Und zwar werden Fakten kommen, entweder über Marken, bekannte Marken oder über Videospiele oder was mir eben spontan gerade so einfällt. Und noch ein neues Format wird sein Appgefuckt. Und zwar Appgefuckt, App wie App geschrieben A, P, P und dann Gefuckt, Abgefuckt. Wie der Name schon gesagt werde ich in dem Video Apps vorstellen, die mich wohl in den meisten Fällen abfucken werden. Muss aber nicht der Fall sein. Also eigentlich meint, dass das Format für die Vorstellungen von Apps ist. Was das normale Gaming angeht, es wird natürlich jetzt nicht nur Formate geben, sondern es wird auch normales Gaming geben, beziehungsweise auch normale Real-Life-Videos. Und zwar Team Fortress. Team Fortress habe ich nämlich in letzter Zeit wieder ziemlich Bock drauf und das wird jetzt an Gaming in nächster Zeit erst mal kommen. Und zwar habe ich mir vorgenommen, in je einem Video je ein Charakter bzw. eine Klasse vorzustellen. Dann seht ihr es nämlich schon. Just in the moment, wenn YouTube es schon übernommen hat, meinen neuen Avatar und meinen neuen YouTube-Banner. In dem sind zwei neue Logos. Mein eigentliches Logo, was ich jetzt zuvor habe, Zukunft zu verwenden, ist natürlich im Avatar. Und ein anderes, zweites Logo befindet sich im Banner. Auch entsprechend mit meinem Logo zu tun, jetzt hätte ich es fast schon gesagt, ist nämlich mein Intro. Ich habe mir entsprechend zu meinem Logo ein Intro machen lassen und das seht ihr jetzt. Ziemlich fresh, oder? Ich wollte nämlich so ein Intro haben, was nicht über lange geht. Das hier geht gerade mal drei Sekunden, glaube ich. Und keins haben mit übertriebenen Effekten. Und deswegen finde ich dieses, das Logo, was denn so angeflogen kommt in Feuer und in Restaurant, finde ich doch schon ziemlich fresh. Was denn immer nach dem Pre-Intro folgen wird. Und danach kommt dann das normale Intro, das normale Video mein. Jetzt folgt eine Sache, auf die ich relativ stolz bin, kann man ja schon fast schon sagen. Und zwar habe ich mir eine Domain gekauft. Und zwar kommt ihr jetzt, wenn ihr ranuri.de da oben in dieser Leiste eingibt, direkt auf meinen Kanal. Ja, ich würde sagen, das war's mit diesem Patch 1.1, wird im Titel stehen. Und wir sehen uns Montag wieder zum Faktenvideo. Ich sag's noch nicht über was, aber zu einem Faktenvideo. Hau rein. Ciao. Thanh inverse. Och Vielen Dank.